Wir brauchen eine Befestigung, die wir mit dem normalen Einstieg haben, wir brauchen eine Befestigung, die wir mit dem normalen Einstieg fahren können. Wenn wir die Autos durchgefahren werden, können wir die Autos durchgefahren werden. Und mit der Befestigung. Du kannst mit der Befestigung der Befestigung fahren, bitte bitte. Ja, wir können aber auch noch automatisch fahren. Wir fahren dann der Befestigung. Machen wir es so. Das ist wirklich ein Bargeheim. Und was gibt es dann zu sagen, ja ok, das Auto ist halt wie der andere, der andere Auto ist halt breiter, eigentlich ein freier, neuer Sieg. Ich bin da breiter her und den Golf als Vergleich, der gerade mal mehr, da sind die 50, 30 cm. Aber es war dann ein Sagen, du bist der rarischer Fahrer, es gibt alles wieder flitten. Ja, der braucht also von 500 in 4.2. Und wenn du willst, wir können auch mal, wenn ich jetzt ein anderes Hand erhielt, wir können auch mal sagen, ob das ist, wie das funktioniert. Ja, ok. Dann, ja ok, ich mache uns dann für einen Meter und sechser Halsaufsum. Weil der hat sich eine Fliegerhalte ausgemacht, weil der hat sich eine Fliegerhalte ausgemacht und hat dann auch eine Fliegerhalte ausgemacht. Das ist einfach nicht ein, oder? Und, äh, weißt du, wenn ich da jeden Tag zu sehen, nachdem ich da den Tag in der Halbzeit nicht war? Ja. Okay. Entschuldigung, ich brauche eigentlich das wieder klären. Ich mach mich da auch ausprobieren. Ja. Ich weiß nicht, dass wir automatisch sind. Ich mach mich. Ich mache jetzt die Grenze. Ich mach mich. Ich mach mich, ich mach mich. Das ist. Ich mach mich nicht. Ich mach mich. Ich mach mich. Wie geht es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017